Dieses Auto hat Lenkrad, Schaltknüppel und drei Pedale. Von innen ein ganz normales Auto. Von außen sieht es aber irgendwie seltsam aus. Sind das nur drei Räder? Bei einem Auto? Das ist der Elinator. Mit dem können 16-Jährige fahren. Und ich mache mit dem Fahrzeug die Straßen sicherer. 16-Jährige hinterm Steuer sollen die Straßen sicherer machen? Wir schauen uns das Auto genauer an. Scheinwerfer, Spiegel, Kühlergrill und es hat vier Räder. Auch wenn die beiden hinteren sehr nah zusammenliegen. Warum? Dazu später. Hier im Allgäu wurde das seltsame Gefährt entwickelt. Von Wenzel Ellenrieder, der Elinator. Der 59-jährige Kfz-Mechaniker ist ein leidenschaftlicher Tüftler. Er baut Autos so um, dass 16-Jährige damit fahren können. Ganz legal. Einzige Bedingung, ein A1-Führerschein wie für zwei Räder mit 125 Kubik-Hubraum. Der Traum vieler Jugendlicher, endlich eigenständig unterwegs. Mein Bruder, der ist damals mit 17 Jahren ums Leben gekommen mit einem Zweiradsfahrzeug, also mit einem Moped. Und das war nachher für mich dann schon so ergreifend dann, wo meine Buben dann 16 Jahre alt waren und dann auch den Moped-Führerschein gemacht haben. Dann ist mir das eigentlich im Kopf umgegangen, warum gibt es nicht ein sicheres Fahrzeug für 16-Jährige. Also hat er es eben selbst erfunden. Herausgekommen ist der Elinator mit mehr Sicherheit als ein Moped. Sieben Airbags, eine stabile Karosserie, ABS, ESP und ausreichend Knautschzone. Gegenüber dem Motorrad, was habe ich da an Knautschzone, was habe ich da an Sicherheitsvorkehrungen? Eigentlich so viel wie gar nichts. Ich meine, wenn ich jetzt ein Zweirad hernehme und den Elinator hernehme, da ist beim Sicherheitsfaktor der Welt ein Unterschied. Die Sicherheit steht bei Wenzel im Vordergrund. Doch solche Umbauten sind im deutschen Gesetzesdschungel nicht vorgesehen. Dort gelten strikte Regeln. Weil ich ja sowas noch nie gemacht habe, war das für mich nicht so einfach, diese Angelegenheit so reinzulesen. Weil ich bin eher der Schauber, der Mechaniker und nicht der Bürokrat, wo sozusagen die Gesetzestexte so gerne durchliest, wie das funktioniert. Also heißt es Paragrafen wälzen. Das Problem wird schnell klar. 16-Jährige dürfen mit der Führerscheinklasse A1 nur Motorroller, kleine Motorräder oder vierrädrige Leichtbaufahrzeuge fahren. Für den Mechaniker zu unsicher. Aber eine Änderung im Gesetz bringt ihn auf die richtige Spur. Für mich war das Erste wichtig, und zwar, dass das Führerscheinrecht sich so geändert hat, dass ein 16-Jähriger mit dem A1-Führerschein ein Dreiräder-Kraftfahrzeug fahren darf. Seit 2013 erlaubt der A1-Führerschein neben zwei Rädern und leichten vier Rädern auch drei Räder. Der Vater von zwei Söhnen entwickelt einen Prototypen. Das Ziel, ein sicheres Gefährt für seine Kinder. Aber mit nur einem Reifen hinten ist das Auto zu instabil, der TÜV grätscht dazwischen. Also alles auf Anfang und zurück in den Gesetzesdschungel. Und tatsächlich findet er eine zweite Richtlinie, die ihn seiner Vision näher bringt. Wenn die Räder unter 46,5 cm Reifenmitte auseinander sind, also drunter sind von dem Maß, dann zählt das als Einrad. Und durch das habe ich dann ein Dreiräder-Kraftfahrzeug machen können. Zwei Räder, die so nah zusammen liegen, gelten laut Gesetz als Einrad. Trotz vier Räder geht das Mobil also als Dreirad durch. Zwei Paragrafen, clever zusammengefügt, ergeben den Elenator. Das Problem, bei zwei eng zusammenliegenden Rädern muss eine komplett neue Achse her. Hier sieht man optimal jetzt den Abstand von der alten Achse zur neuen Achse. Wenzel baut die Achse so um, dass die Reifen einen Abstand von 35 cm haben. Das ist selbst in Kurven noch stabil genug. Vor ihm kam noch keiner auf diese Idee. Eines Abends gehe ich in die Werkstatt raus, hole mir halbe Bier, leune an die Werkbank hin. Auf einmal gehe mir die Sachen wieder nach dem Kopf durch, gehe unter dem VW-Polo durch. Hey, da blitzen wir ja. Warum mache ich nicht einfach aus einem normalen Pkw-A3-Rad? Am Anfang haben mich viele belächelt und dann zum Schluss haben sie mir wirklich gratuliert. Um aus dem herkömmlichen Auto ein Dreirad zu machen, muss erstmal die alte Achse weg. Dann setzt der Mechaniker den Kofferraumboden hoch, denn die beiden Reifen sind direkt darunter und brauchen den Platz. Ein eigentlich kleiner Umbau, dafür, dass es jetzt offiziell kein Auto mehr ist. Fehlt nur noch der neue erhöhte Kofferraumboden und Wenzels selbst erfundene Achse. Reifen dran. Und fertig. Damit die 16-jährigen Fahrer nur im erlaubten Maß Gas geben, drosselt er den Motor von 69 auf 15 kW. Das sind knapp 20 PS. Mehr ist nicht erlaubt. Damit kommt der Elenator immerhin auf 90 Stundenkilometer. Ganz kritiklos bleibt die Sache nicht. Der ADAC bemängelt, dass die Teenies vorher nie in einem Auto gefahren sind und ihnen selbst in der Fahrschule die Praxis fehlt. Was sagt der Tüftler zu der Kritik? Die ganzen Verkehrsregeln kennen sie alles. Was sie mit Problemen haben, das ist klar, das ist von der Ausmaße von dem Fahrzeug. Dann auch von Kuppeln, Bremsen, Schalten. Aber da haben wir bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Das lernen die eigentlich vor allem, wenn sie so schnell. Und seit Neuestem geben wir einen Gutschein mit, dass sie nur ein bis zwei Fahrstunden dann bei der Fahrschule machen können. Und sich dann vertraut machen können mit einem mehrspurigen Fahrzeug. Vom Fahrverhalten möchten wir uns selbst überzeugen. Unser Redakteur setzt sich ans Steuer und drückt aufs Gas. Wie ist das Fahrgefühl mit den eng stehenden Hinterrädern? Also es macht Spaß zu fahren. Es fährt sich eigentlich wie ein normales Auto. Bisschen weniger Power halt. Aber ansonsten merkt man es nicht. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich hinten eigentlich nur ein Rad habe. Also eigentlich sind es zwei, aber es gilt ja nur als ein Rad. Als Fahranfänger fühlt man sich bestimmt sicherer als auf dem Motorrad oder auf dem Moped. Bei einer Maximalgeschwindigkeit von 90 liegt das Dreirad noch immer gut auf der Straße. 60.000 Euro und mehr als 1.000 Stunden Arbeit stecken in Wenzels Idee. Er meldet das Autodreirad im November 2014 zum Patent an. Nach anfangs 50 Stück pro Jahr verkauft er mittlerweile jährlich mehr als 300. Heute baut er nur noch das Modell Fiat 500 um, denn da liegt viel Gewicht vorn. Das ist besser für die Stabilität. Der Umbau kostet knapp 5.600 Euro. Gute Idee hat jeder mal. Aber das wieder an den Mann zu bringen und zu sagen, hey Jungs, ihr habt das, das ist immer das Schwierige. Mit dem Elenator ist ihm das gelungen. Wenzel Ellenrieder hat es geschafft, die strikten deutschen Gesetze so auszulegen, dass auch 16-Jährige hinters Steuer eines herkömmlichen und vor allem sicheren Autos dürfen. Einfach genial.